Ich bin sehr beeindruckt von der Darbietung, die wir heute zu sehen bekommen haben. Redog ist der Einsatz der Hülden, die Leben retten, die den Menschen helfen. Ich bin aber auch sehr erfreut, die Zusammenarbeit zwischen Redog und anderen Organisationen in diesem Bereich. Blaulicht, sei das Sanität, sei das Führer, Zivilschutz, Armee, Polizei. Das hilft sehr und es hilft Leuten zu füllen, die noch bestehen. Also ganz herzlichen Dank für die Leute, die hier im Milizenengagement tagelang, wochenlang und auch mit den Hunden zusammen eine Ausbildung machen, die über 3-4 Jahre dauert. Das ist ein riesiges Engagement. Merci vielmals.